So, das ist das Wohnzimmer erst mal hier. Wenn ich von der Tour komme, falle ich direkt gerade drauf. Man könnte theoretisch überall wohnen. Man könnte jetzt das ganze Jahr über nach Ibiza ziehen, nach Paris, London oder Los Angeles ziehen. Osnabrück ist für mich meine Heimat. Aber wir kommen auch gleich am besten Griechen in Osnabrück vorbei. Papa Griechi haben wir denn immer genannt. Man kennt jede Kneipe, jede Diskothek. Essen zu gehen, einfach zu Hause zu sein, das vermisse ich am meisten. Ich habe so viel Trubel, so viel Stress und alles. Und wenn ich dann nach Hause komme und ich hier gar nichts höre oder nur die Vögel zwitschern höre, das ist für mich Entspannung pur. Robin weiß, wenn du vorher kommst, was auch gut ist. Und wenn du dich in meinen vídeos uy vor spOTTienen musst, wenn du früher so lass bookstorenet bist, Und damit wir gleich ihr hier乾st. Jetzt in die Vermöglicht wird Asians hergez. Und söz scheibe das cake und hör auf. Das ist Fotos, was dabei kein Ding, dass was, was es wunderschenko wird das Stück �macigquesig. Wir warten uns überlegen.